Volksmusik zur Mittagszeit im freien Radiosalzkammergurt. Mit herrlichen Jodlern und Weisen, flote Tanzln und schneidige Volkslieder zarte Sturmmusikklänge und die Tradition aus dem Salzkammergurt. Folgt man sich zur Mittagszeit im freien Radiosalzkammergurt. Heute hören wir die Steffen Hanslmusi, die Geschwister Streule, den Telfser Dreigsang, die Wetterstammmusikanten, die Außerfelder Danzlmusi, Wolfgang Schafferer auf seinem Hafen und den Auzinger Zweigsang. Zusammen steht die Sendung für euch, der Franz Schindler. Untertitelung im Auftrag des ZDF, der Franz Schafferte ist, der Franz Schaffer reingebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020